Dangerous Music Tubas war der erste Analogsummierer auf dem Markt. Immer noch erfolgreich. Das ist der Tubas LT, das ist der Nachfolger vom Tubas für den 1 HE. Genau der gleiche Klang. So, wir haben die Dangerous D-Box. Die D-Box ist das beste aus allen Welten. Das heißt, es ist Monitorkontroller, Analogsummierer und DA-Wandler in einem. Auf einer 1 HE-Höheneinheit beweist eigentlich alle Stärken zusammen.